Hallo, in vorherigen Videos habe ich schon mal gezeigt, wie man diese schöne Aufgabe hier, in der es darum geht, den Kondensatorstrom und die zugeführte Energie in einem Kondensator auszurechnen, wie man das von Hand löst und es gibt ein zweites Video, wo ich das dann auch mit 80 Spice gemacht habe. Auch das ist eine Aufgabe, die mir einstellend mal per E-Mail zugeschickt hat. Vielen Dank nochmal dafür. Und das, was ich jetzt in diesem Video zeigen möchte und machen möchte, ist mal wieder auszuprobieren, wie sich so die großen KI-Sprachmodelle dabei schlagen und tun. Nämlich ChatGPT von OpenAI, Gemini von Google oder Gemini, wie auch immer man das aussprechen möchte und Klot. Und wie so üblich suche ich mir mal nochmal den Aufgabentext vor und kopiere den mal hier rein. Der wird dann gleich noch ein bisschen größer und schreibt mal wieder hin als Prompt, wie lautet die ausführliche Lösung dieser Aufgabe und klickt mal auf Absenden. So, und machen wir mal das Fenster jetzt vielleicht auch ein bisschen was größer. Also hier kann man nochmal, oh, something went wrong by generating this response. Okay, das kommt auch mal vor. Dann gehen wir auch mal direkt zu Google Gemini. Ich packe mal den Prompt rein und kopiere mir auch hier nochmal den Aufgabentext und gebe den als Bild dazu. Und klickt mal hier auf Senden. Also da kann man jetzt nochmal die Aufgabe sehen. Wir hatten einen idealen Kondensator mit einer Kapazität gegeben, Ladung gegeben zum Zeitpunkt 0, Funktion für die Spannung, eine Zeitkonstante, die da drin auftaucht. Und dann sollte man den Strom und die zugeführte Energie ausrechnen. So, und mal gucken, was jetzt hier Gemini so macht. Also es sagt auf jeden Fall schon mal richtig, IC von T ist C mal die U von T nach die T. Wenn die Spannung an einem Kondensator sich ändert, dann fließt da ein Strom, dann muss da ein Strom fließen an der Stelle. Dabei ist C die Kapazität, U ist die Spannung. So, jetzt kann man das alles einsetzen, laut der Aufgabenstellung und muss, also jetzt hat es ja nur eingesetzt. Ich behaupte ja mal, es ist nicht wahnsinnig schlau, erst den festen Zeitpunkt einzusetzen und dann abzuleiten. Wenn ich einen festen Zeitpunkt einsetze, ist das ja was Festes, dann ist das ja keine Zeitfunktion mehr. Wie will ich dann nach der Zeit ableiten? Ja, dann sehe ich ja keine Zeitabhängigkeit mehr. Aber gut, es macht das ja auch wieder rückgängig und sagt, jetzt mache ich erst mal die Zeitableitung mit der Zeit. Und das ist prinzipiell auch, wie man sieht, gar nicht so verkehrt, denn steht nicht so explizit da. Aber, also diese ganzen Sachen, das ist ein Faktor, den kann ich da vorschreiben. Das Ganze groß ist eine Summe, ich kann jeden Summanden einzeln ableiten. Das hinten ist konstant, das fällt weg. Hier vorne in dieser Summe fällt der erste Summand auch weg. Die Ableitung E-Funktion ist eine E-Funktion, es gibt eine innere Ableitung. Und aufgrund der inneren Ableitung werden eben aus den 100 Volt durch 10 Millisekunden werden 10 Volt pro Millisekunde. So, das passt. Jetzt kann man das da einsetzen. Jetzt kommen da irgendwie ziemlich viele Amperes raus. Und jetzt kann man sich fragen, wo kommen jetzt auf einmal die Amperes her? Weil hier haben wir ja Volt pro Millisekunde. Das macht ja alles überhaupt gar keinen Sinn. Und das macht auch keinen Sinn, dass da jetzt irgendwie direkt Ampere rauskommen. Weil ich müsste das ja noch, so wie hier oben steht, mit der Kapazität multiplizieren, mit den 5 Mikrofarad. Ja, und die Farad, Farad hier sind Amperesekunden pro Volt. Wenn ich das mit Volt pro Millisekunde multipliziere, dann kürzen ich die Volts und die Millisekunden weg. Dann bleiben da Ampere über. Aber der Zahlenwert hier ist auf jeden Fall definitiv falsch. Ich kann ja mal zurückspringen auf das, was ich selbst ja ausgerechnet habe. Und was ich auch mit LTSpice nachgerechnet habe, es waren 18, irgendwas Milliampere. Also, ja, keine Ahnung. Das ist, also, ja, das kommt da vielleicht raus. Also die E hoch, E hoch minus 1 sind 0,37, ja. Aber wenn ich das jetzt nochmal 10 rechne, sind es 3,6 irgendwas. Also, das hier hinten ist einfach nur die E-Funktion ausgerechnet. E hoch, E hoch minus 1, 1 durch E sind 0,36. So, also, bis hierhin gar nicht mal so schlecht. Ab hier wird es leider falsch. So, jetzt kann man Energie ausrechnen. Da sagt es, so ähnlich wie den Ansatz, den ich hier auch von Hand gewählt habe, Energie ist integral über die Leistung. Leistung ist Strom mal Spannung. Das eingesetzt von 0 bis 10 Millisekunden integriert. So, und, ja, jetzt setzt es die Spannung ein und es setzt den Strom ein. Ach so, nee, das soll hier vorne der Strom sein, wo die Ableitung drin steckt. Und das ist die Spannung. Die Integration dieser Gleichung ist analytisch nicht möglich. Daher muss sie mit einem Computerprogramm erfolgen. So, und, naja, also ich würde ja behaupten, wenn man mal diese Ableitung hier ausrechnet, dann habe ich eine E-Funktion und noch eine E-Funktion. Die beiden zusammen ergeben wieder irgendwie eine E-Funktion. Also, wenn man wollen würde, kriegt man das schon analytisch ausgerechnet. So, die numerische Integration ergibt eine Energie von 2,5 Millijoules. Jetzt können wir gucken, also von Handhaber 25 Millijoules ausgerechnet. Das ist mindestens eine Größenordnung falsch. Weiß ja auch kein Mensch, wo diese numerische Integration herkommt. Das ist wenig hilfreich, eben auch davon abgesehen, dass dieser Strom ja auch um etliche Größenordnungen falsch ist. So, und in der Aufgabenstellung ist die Anfangsspannung nicht angegeben. Dadurch kann die Spannung, hier bricht jetzt die Antwort irgendwie einfach ab, nicht ausgerechnet werden, wahrscheinlich. Also, hier stehen es noch so ein paar Sachen, Kettenregel, Ohmschissgesetz. Aber der Kondensatorstrom, wir haben hier überhaupt gar keinen Widerstand. Also, ein Ohmschissgesetz taucht hier mit Sicherheit nicht auf. Und das muss auch nicht numerisch erfolgen, weil man das, wenn man wollte, bestimmt auch analytisch machen kann. Und die Anfangsspannung, die kriegt man in der Aufgabe ja raus aus der Anfangsladung. Also, die ist auch schon gegeben. So, ich würde mal sagen, das ist hier so eine, ja, ist eigentlich ein Durchgefallene. Also, das ist, da ist keine sinnvolle Lösung. Der Ansatz ist irgendwie noch ansatzweise richtig, aber sonst kann man damit nicht viel anfangen. So, probieren wir mal Cloth. Und das war ja bisher immer oder in so einer bisherigen Aufgabe, wo ich, in der ich das mal ausprobiert habe, ziemlich, ziemlich stark. So, ich habe die, das Bild hinzugefügt. Ich frage wieder, wie lautet die ausführliche Lösung dieser Aufgabe? Und es fängt mir an, was zu generieren und sagt, ich werde die Aufgabe Schritt für Schritt lösen. Das ist sehr nett von dir. Also, gucken wir mal. Kondensatorstrom, die Q nach die T, C mal die U nach die T, das stimmt. So, jetzt kann man diese Gleichung da nehmen und die ableiten. Steht da, C mal 100 Volt mal 1 durch Tau mal die E-Funktion. Das stimmt auch. Das ist genau das, was ich hier auch an der Stelle geschrieben habe. So, dann können wir diese Werte einsetzen. Und dann rechnet es, also Zahlenwert stimmt, ja, 18, 1, 8, 4. Aber es rechnet nicht 18,4, sondern 0,18 Milliampere aus. Also, irgendwo 5 mal 10 hoch minus 6, das stimmt. 100 stimmt auch. 1 durch 0,01 stimmt auch. E hoch 1 stimmt auch. Also, es stimmt erstmal hier oben, stimmt es noch alles. Und hier wird es jetzt irgendwie falsch, weil das sind, ja, 10 hoch minus 6, das sind 10 hoch 2. Die zusammen ergeben 10 hoch minus 4. Aber es fehlen die durch 100 hier, was nochmal einen Faktor 100 macht. Das sind genau die 100, die hier fehlen. Also, Ansatz gut, Zahlenwerte richtig eingesetzt, Zahlenrechnung 3 minus. Da fehlen einfach zwei 10er Potenzen. Aber, ja, also nicht ganz so falsch wie die Gemini-Lösung. So, und Energie, die zugeführt wird, integral über die Leistung. Ja, also, wie gesagt, das kann man machen. Ich halte das für sehr schwierig, das dann so tatsächlich zu machen. Aber gut, hier kommt jetzt raus, wir brauchen irgendwie c halbe mal u von t Quadrat und das in den Grenzen von 0 bis 10 Millisekunden. Und das ist letztendlich dann am Ende genau die Gleichung, die ich auch benutzt habe. Wir nehmen einmal die Energiegleichung für 10 Millisekunden, einmal die Energiegleichung am Anfang, rechnen die Differenz aus, kommt die Energie raus. So, und jetzt brauchen wir, sagt es ganz richtig, wir brauchen noch die Spannung am Anfang. Die können wir aus der Anfangsladung berechnen. Das ist ja richtig, 50 Volt, sehr gut. Auch nicht verrechnet dabei. Das gibt schon mal Pluspunkte. Und dann kommen da, einsetzen in die Energieformel 25,67 Mikrojoule raus. So, und wir haben ja aber, ich habe ja Millijoule ausgerechnet und das ist auch das, was LTSpice gesagt hat. Also hier ist es auch eine 3er, 10er Potenz hier daneben, also statt Millimikro. Und jetzt kann man ja auch noch mal so ein bisschen gucken, wo kommt das vielleicht her. Tja, schwer zu sagen, ne? Also Kapazität stimmt, Faktor 1,5, den hätte man noch ausklammern können, aber Spannung hier stimmt auch. Und 50 zum Quadrat sind 2500. Das stimmt prinzipiell auch. Tja, aber wenn ich, also das hinten sind eben 10 hoch 3 und hier habe ich 10 hoch minus 6 und dann wird da eben am Ende 10 hoch minus 3 draus. Also es hat, also die Rechnung von hier nach hier, ja, wenn ich jetzt das einfach noch mal in, ich muss mal meinen Oktave Prompt suchen. Also wenn ich jetzt diese Rechnung, die da als letztes rauskommt, 5e hoch minus 6 oder 5 mal 10 hoch minus 6, 5e minus 6 mal 5134,5. Na, dann kommen da 25,67 Millijoule raus und nicht Mikrojoule. Naja, also da würde ich vielleicht eine 3 drauf geben, so auf diese Lösung, weiß nicht. Also das ist auf jeden Fall nicht so falsch wie Gemini, aber so richtig überzeugen finde ich es auch nicht. So und jetzt probieren wir das hier einfach noch mal, klicken wir auf Regenerieren, hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert, auch in ChatGPT von OpenAI. Ich habe jetzt hier Omni benutzt. Ich hätte vielleicht mal auf die Bezahlversion ChatGPT 4 umschalten sollen, aber das ist ja das neueste und fortschrittlichste Modell, was wir benutzen. Also das kann natürlich auch überhaupt gar nicht falsch liegen, wenn man den Verlautbarungen des Herstellers Glauben schenkt. Also Spannung am Kondensator, es wiederholt uns die Formel, Strom ist gegeben durch das und jetzt kann man das eben ableiten. Kommen diese 10 Volt pro Millisekunde raus. Mal die E-Funktion, das passt. Der Strom ist dann das und das. Zum Zeitpunkt 10 Millisekunden sind das 18,4, aber leider nicht Mikro, sondern Milli, weil irgendwo hat es hier die Millisekunden hier unten vercheckt. Also es sind Volt pro Millisekunden, aber die Millisekunden hat es nicht mitgerechnet. Die machen nämlich aus dem Mikro durch Milli, macht auch ein Milli. So, also, ja, Zahlenwert stimmt, Größenordnung stimmt nicht. So, dann Energie, wieder dieser, aus meiner Sicht ein bisschen komplizierte Ansatz über dieses Integral. So, da U0 nicht gegeben ist, nehmen wir an, dass U0 gleich Null ist. Das ist leider falsch, denn das U0 ist ja implizit gegeben durch die Anfangsladung in der Aufgabe. Ja, hier oben sieht man das nochmal ganz klein. Die 250 Mikrokolamp oder Mikroampere Sekunden. Und jetzt, ja, macht das hier eine sehr lange Rechnung, 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 die auch natürlich schon wissen, dass die jetzt irgendwie falsch ist. So, und der Kondensatorstrom beträgt und die zugeführte Energie beträgt so und so. Naja, und also die, da habe ich jetzt keine Lust. Also das, das rechnet das jetzt hier wirklich irgendwie hart aus, ne, über die E-Funktion. Also multipliziert das und also das, was wo jetzt, ja, Gemini hat doch hier gesagt, ey, ja, guck mal, das kannst du nicht machen, ne. Die Integration ist analytisch nicht möglich, das müssen wir numerisch machen. Und JGBT sagt, ey, ja, analytisch, kein Problem, ich setze das ein, zack, zack. Guck mal, ich habe zwar hier den falschen Ansatz gewählt mit, dass U0 gleich Null ist, aber ansonsten integriere ich dir das ja aber sowas von durch. Und dann, tja, weiß nicht, kommt eben irgendwas bei raus, aber Integral über die E-Funktion, ja, okay, das ergibt eben Millisekunden. Also diese Rechnung hier, weiß ich nicht, inwieweit die richtig oder falsch ist. Auf jeden Fall ist das Ergebnis falsch. So viel können wir an der Stelle mal festhalten. So und also Ende vom Lied ist wie immer, wie in einem vorherigen Video zur ähnlichen Probe und Thematik auch schon mal gesagt, es sind Sprachmodelle, es sind keine Logikmodelle, es sind keine Rechenmodelle und keine Wissensmodelle. Dafür sind sie nicht gebaut und da sind sie nicht notwendigerweise gut. Manchmal sind sie sozusagen lucky und geben auch mal was Richtiges raus. Aber in den allermeisten Fällen kann man sich nur noch nicht auf das verlassen, was hier rauskommt, sondern ist sehr gut darin beraten, dass mit einem soliden Grundlagenwissen der elektrotechnischen Sachverhalte noch mal zu überprüfen, was hier rauskommt. Und vielleicht als Ansatz ist es manchmal ganz hilfreich, aber ansonsten muss ich mal auch sagen, dass so vom reinen Blick auf die Aufgaben ich hier die Sprachmodelle ein bisschen stärker eingeschätzt hätte, bin jetzt doch ein bisschen enttäuscht an der Stelle, wie die sich hier blamiert haben.